Ehrenpräsidenten des DBV, Herrn Dieter Kiespol. Willkommen. Und von der Hörmann KG ist der Repräsentant da, nämlich der Herr Stephan Gamm. Herzlich willkommen, Herr Gamm. Dann falls Sie denken, warum ehren die denn normalerweise die dritten Plätze nicht? Bei uns ist Halbfinaltag am Samstag, es sind Vollprofis mittlerweile, die sind schon wieder am Trainieren überall in Deutschland, aber einer, der ist dabei und deshalb wollen wir Ihnen natürlich auf jeden Fall hier, dritter Platz im Herren-Einzel Kai Waldberger. Er wird zwar schmerzen, weil er hat ein tolles Spiel gemacht, hat er von allen von Ihnen auch gehört, deutscher Vizemeister 2009 aus Langenfeld, Björn Joppin. Er war der Einzige, der bei dieser Meisterschaft die Möglichkeit hatte, exakt seinen Titel zu verteidigen. Sein Fanclub aus Bonn war natürlich wieder da, deutscher Meister 2009 aus Bonn, Marc Zwiebler. Er war der Einzige, der bei diesemkesitsinnner Track". Er war er, dass wir in Sommer sind, bereitsẹba post. Er war er nicht. Wer relación auch closet ist? Herr Lambert hat er nach seiner, verden wir hörte.